Manche sagen, BAV ist teuer für das Unternehmen. Was sagst du denen? Nein, betriebliche Altersversorgung ist nicht teuer. Ich würde aber noch zwei Sachen definieren. Das eine ist, was bedeutet teuer? Und wenn man zum Beispiel weiß, dass betriebliche Altersversorgung durchaus unterstützt, Mitarbeiter zu halten, die sonst weg wären, wo Stellen neu zu besetzen wären, dann ist betriebliche Altersversorgung natürlich nicht teuer. Ja, wenn ich aber eine neue Stelle neu besetzen muss, dann geht das richtig ins Geld. Gregor, was sagst du dazu? Also ich sehe es genauso wie du, aber zu der Frage nochmal, ob das teuer ist oder nicht, müssen Sie ja bedenken, eine betriebliche Altersversorgung per se nennt sich Gehaltsumwandlung. Das ist Geld, was Sie ohnehin schon gezahlt haben. Und das wird nun für die Altersversorgung umgewandelt. Anders ist es letztendlich, wenn ein Zuschuss hinzukommt. Du haben Sie vielleicht schon mal gehört, Zuschuss, Pflichtzuschuss aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz heraus. Das sind auch Leistungen aus Ersparnissen, die Sie bereits hatten. Also ja, es kostet etwas, ist aber viel billiger, als Sie denken. Und die Wirkung ist viel höher, wie Sie denken. Kannst du das vielleicht mit Zahlen belegen? Ja, also wir haben hier die Zahlen, dass ja der Zuschuss, der sich alleine schon durch die Sozialversicherungsersparnis entsteht, das sind ungefähr 22 bis 23 Prozent. Also die können kostenneutral, ohne dass es etwas kostet, aber sie gut auf der Gehaltsabrechnung dazugegeben werden. Das ist wirklich ein schöner Zuschuss schon mal, zumindest was die Kostenseite angeht für den Arbeitgeber. Es können aber als Arbeitgeber auch sehr viel höhere Beträge, und ich rede hier mal über 100, 150 Euro zur betrieblichen Altersversorgung dazu gezahlt werden. Und das kostet tatsächlich sehr viel weniger, weil Sie natürlich, wenn Sie es geschickt koppeln, an eine Gehaltsumwandlung, also ans Mitmachen, wie du es vorhin gesagt hast, das Mitarbeiter, Sie sparen Sozialabgaben ein und Sie setzen das Ganze natürlich als Betriebsausgaben ab. Und von daher so viel Zuschuss, so viel Einsatz. Ja, vielen Dank an euch beide. Hat Spaß gemacht und man sieht BAV mit dem richtigen Berater an der Seite. Macht Spaß.